Hi, ich bin der Weihnachtsmann und ich weiß, es ist noch ein bisschen zu früh für Weihnachten, aber man kann nicht früh genug anfangen, seine Geschenke einzupacken. Deswegen habe ich meinem besten Freund im Kobold Bescheid gesagt, denn... Am Ende vom Regenbogen wartet nicht der Topf voll Gold, sondern eine Nacht im Mediamarkt.